Gibt dir zu Beginn die Erlaubnis, für die nächsten zehn Minuten ganz für dich da zu sein. Mache dir noch einmal bewusst, dass du dir jetzt ganz beruhigt eine kurze Auszeit schenken kannst. Für zehn Minuten kannst du Abstand nehmen, zu dir kommen, entspannen und den Geist klären und dich dann wieder deinen Angelegenheiten zuwenden. Spüre in dich hinein, was jetzt da ist. Vielleicht ist da Aufgeregtheit, Gedanken an Projekte oder Unerledigtes. Müdigkeit Für die nächsten zehn Minuten kannst du es lassen. Erlaube dir innerlich zurückzutreten und loszulassen. Lass los. Finde dich nun in eine aufrechte, ausgeglichene Sitzhaltung ein. Spüre den festen Kontakt der Füße mit dem Boden. Die Wirbelsäule ist vom Becken her locker gerade aufgerichtet. Die Schultern geweitet und entspannt. Die Hände liegen entspannt auf den Oberschenkeln. Auch das Gesicht ist entspannt. Die Augen sind geschlossen oder der Blick vor dir abgelegt. Du wirst nun gleich mit deinem Gewahrsein den Körper durchwandern. Unter dabei die verschiedenen Körperteile mit dem Ausatmen entspannen. Beginne, indem du dein Gewahrsein zur Stirn lenkst. Spüre genau hin, welche Empfindungen du dort wahrnimmst. Sei dir des ganzen Bereiches der Stirn gewahr und entspanne ihn mit dem Ausatmen. Gehe weiter zu den Augen. Lasse den Blick weich werden. Nimm die Augen und den Bereich um die Augen herum wahr und entspanne ihn mit dem Ausatmen. Lenke dein Gewahrsein zu den Kiefergelenken und dem Mund. Lasse mit dem Ausatmen alle Anspannung los, sodass auf natürliche Weise ein Lächeln entsteht. Weiter zum Nacken und den Schultern. Nimm sie wahr. Nimm sie wahr und lasse mit dem Ausatmen alle Spannungen los. Gehe in gleicher Weise die Arme hinab. Vom Schultergelenk zu den Oberarmen, den Unterarmen bis zu den Händen. Durchwandere und spüre jetzt die Vorderseite des Körpers, die Brust, der obere Bauch und weiter zum Unterbauch. Lasse deinen Bauch ganz weich werden, sodass der Atem tief fließen kann. Kommen wir zur Rückseite des Körpers. Oberer Rücken, unterer Rücken, Gesäß, gesamter Beckenbereich, den Beckenboden. Wahrnehmen und entspannen. Wandere die Beine hinab. Von den Hüften zu den Oberschenkeln, zu den Knien, den Unterschenkeln und den Füßen. Nehm nun den Körper als Ganzes wahr. Den ganzen Körper wahrnehmen. Der Körper ist jetzt auf ganz natürliche Weise entspannt und still. und gleichzeitig ist der Geist klarer und friedvoller geworden. Der Körper ist ruhig und entspannt, der Geist still und klar. Verweile noch für einige Momente in diesem Erleben. J진id aus dem Körper. Vielen Dank. In wenigen Momenten wird diese Meditation mit einem Klang der Glocke beendet. In wenigen Momenten wird diese Meditation mit einer Glocke beendet. In wenigen Momenten wird diese Meditation mit einer Glocke beendet. In wenigen Momenten wird diese Meditation mit einer Glocke beendet. In wenigen Momenten wird diese Meditation mit einer Glocke beendet.